Wunderschönen guten Morgen, ich komme nicht darauf klar, dass ich gestern nicht darauf gekommen bin, dass es meine Cousine ist einfach, beziehungsweise sie, die, ah egal, ja, auf jeden Fall ist der Elektriker gerade da und repariert die Klingel. Die Bienen fliegen ohne Eile, sie haben heute Langeweile, kennt ein Hedernis, neue Spiele, das kann ich schon ganz allein lesen. Echt jetzt? Ja. Okay, was steht hier? Superwurm kennt der Rabendiener dieser Flucht, schuft, schnappt den Wurm sich aus der Luft. Die Tiere kriegen einen Schreck, ihrer Superheld fliegt weg. So, tut mir leid, dass ich heute ein bisschen ruhiger hier war, ich war gerade bis eben noch unterwegs, denn ich war beim Kinderarzt, der Lio hat sich seinen Finger in der Tür gequetscht, weil der Techniker eben hier war und der Lio wollte dem ein Handtuch bringen zum Händeabtrocknen. Dabei hat der Techniker die Tür zugemacht und der Lio hat seine Hand dazwischen gehabt. Sehr, sehr blöd, aber ich dachte erst, der Finger wäre gebrochen, es ist zum Glück nichts gebrochen, es ist alles gut gegangen. Und ja, ich bin sehr beruhigt und jetzt gehen wir auf den Spielplatz. Und jetzt gehen wir auf den Spielplatz. Und jetzt focusschli impressive. Untertitelung des ZDF, 2020